Willkommen zu einem neuen Video. Heute spielen wir ein sehr lang ersehntes Horror-Game. Wir haben damals schon die Demo davon gespielt und zwar Madison. Ich glaube es ist sehr sehr gruselig, deswegen wiggelt euch schon mal ein in eure Deckchen und macht es euch gemütlich. Ich werde es ja für euch spielen. Meine liebe Community sagt euch gerade auf Twitch wieder herzerwärmst. Hallo, deswegen kommt doch einfach mal gerne vorbei auf www.twitch.tv slash unterstrich live und über ein Abo auf diesem Kanal würde ich mich sehr freuen. Einen Daumen nach oben und natürlich weitere tolle Horror-Game-Empfehlungen, falls ich sie auf diesem Kanal nicht schon gespielt habe. Ich würde sagen wir gehen rein. Ich habe Angst und let's go. So, Options. Language. Was gibt es denn hier so an Language? Deutsch machen wir mal. Stimmen sind glaube ich englisch. Das passt. Deswegen macht man Untertitel an. Und dann würde ich sagen, passt soweit alles, ne? Geschichte würde ich sagen. Neues Spiel. Normal oder schwer? Also normal ist empfohlen. Optische Hinweise, Fotografie-Zonen, normale Gegner, unendlich Sofortbilder, automatisch speichern. Schwer ist, ähm, mit weniger Hinweisen, keine optischen Hinweise, keine Fotografie-Zonen, schwierige Gegner, unendliche, äh, Sofortbilder automatisch speichern. Wir machen nochmal. So, okay. Oh Gott, sieht das schon richtig schrecklich aus. Ja, ja, der kleine Sadisten-Chat schreit hier zur Hälfte auch schwer. Ich glaube, bei euch hackt's. Ähm, Spiel starten? Ja, warum fragt mich das so unsicher? Natürlich. Macht alle eure Headphones los. Da steht Luca drauf. Spielt ein Auto-Safe-System. Schließe es nicht und schalte es nicht aus, während das Logo auf dem Bildschirm zu sehen ist. Die Regel Nummer eins. Okay. Brossant-Füllung gibt's immer noch auf dem Hauptkanal. Bladius Games. Oh Gott. Oh Gott. Kann ich mich verstecken? Oh Gott. Kann ich mich da wirklich verstecken? Was ist das hier am Boden? Okay, irgendwas ist mit mir nicht richtig, ne? Dad, please. Please talk to me. I don't understand what's going on. Was hab ich gemacht? Ach, grausig. Ich hab irgendjemanden etwas angetan und weiß es wahrscheinlich nicht mehr. Ich glaub, ich muss jetzt mal hier durch, ne? Kann ich irgendwie diese Sonnenkiste öffnen? Oh mein Gott. Ich hab jemanden... ...jemanden den Arm abgerissen. Um Gottes Willen, das Bein! Wen hab ich denn da so... ...zerschnetzelt? Um Himmels Willen. Oh, das ist ja grausig. Oh Gott. Dann hab ich's fotografiert. Ich hab so'n perversen Kink, glaub ich. Okay. Gucken wir mal, was es sonst hier so gibt. Die Truhe hab ich jetzt. Ah, hier geht's noch hoch. Oh Gott. Rotieren? Oh, ich kann den Fernseher rotieren. Aber warum soll... Das ist ja witzig. Okay, hier ist bestimmt irgendwas in den Schubladen drin. Nein, okay. Ein Brief. From Cousin. Lesen. Von deinem Cousin Romeo. Okay, ich möcht's gern öffnen. Kann ich es nicht lesen? Ich möchte den gern öffnen. Hier, was steht hier dran? Okay, nix. Den muss ich doch irgendwie lesen können, oder? Oder öffnen. Nö, er öffnet's nicht. Na gut. Find ich aber sehr sass. Einen Griff muss ich finden, okay. Der Arm ist total verrotzt und weint. Das ist voll traurig. Wieso kann ich den Fernseher hier drin? Ach, das ist das Geräusch. Total ätzend. Muss ich hier vielleicht irgendwas anleuchten? Kann das sein? Ist doch wie so eine Lampe, ne? Also auf Leerzeichen liest er tatsächlich nur das hier. Also mehr kann man nicht lesen. Kann ich mich auch ducken? Okay. Ich befürchte ja, dass ich meine Mutter irgendwie umgebracht hab. Mir muss es irgendwo einen Hebel geben, sagen die. Es ist schon sehr dunkel hier. Frag mich auch, was der Fernseher soll. Ich brauch hier nochmal ein bisschen Licht. Ist hier vielleicht in der Ecke irgendwas? Vielleicht auf dem Sofa? Ah, schau mal an. Da ist ja der Griff. Den brauchte ich. Den kann ich da jetzt wahrscheinlich ranschrauben. Okay. Öffnen. Oh Gott, ne. Ein Hammer. Damit kann ich jetzt die Bretter wegmachen. Denke ich mal. Yep. Weg damit. Da auch nochmal bitte. Du bist nicht mein Sohn! Du bist nicht mein Sohn! Oh. Kann ich jetzt bitte die Tür schließen? Ich will, dass der hier nicht... Ich will eigentlich nicht, dass der mir entgegenläuft. Warum ist das passiert, Libby? Bitte, bitte. Gib mir mein Sohn zurück. Unangenehm. Boah, das Türenöffnen blicke ich noch gar nicht. Ach, das ist doch die Demo. Oh mein Gott, schon bin ich bei meinem Opa. Boah, der Opa geht aber auch nochmal auf Nummer sicher hier, ne? Okay. Ähm. Machen wir das mal zu? Was ist denn das für ein gruseliger Gang? Opa! Ich bin daheim. Ich würde gern... ein bisschen Kartoffelsuppe haben. Oh Gott, grausig. Oh mein Gott. Ähm. Ja, ganz viel Briefe. Alle an Albert. Hier wäre eigentlich ein Spiegel. Das kann ich hier nicht benutzen. Da oben ist ein Foto. Kann ich aber nicht nehmen. Hier sind ganz wie Fotos. Hier ist eine Kuckucksuhr. Kann ich auch nicht benutzen. Okay. Dann müssen wir wohl zu diesen unangenehmen aussehenden Spiegel da hinten hin. Äh. Äh. Oh Gott. Ich würde so kotzen. Kann ich auch nochmal zu... Zu meinem wütenden Vater? Ah, ne. I won't be able to go back. Okay, wir können nicht mehr zurück. Ach, unangenehm. Oh Gott. Oh Gott. Das ist ja irgendwie so ein bisschen... wie Stranger Things. Oh Gott. Ich hasse so Spiele. Was habt ihr mir hier wieder angetan, hä? Ihr kleinen Schweine. We're running out the hill. Nein, die Tür hier ist jetzt auf. Oh, da ist eine Geschenkbox und da tropfen Dinge runter. Oma, bist du's? Oma hat nur weiße Augen. Oh mein Gott. Äh, überall ist Oma. Das sieht schon sehr creepy aus. Oh mein Gott. Opa war genau wie Dad. Albert Maswell. Oh, das Bild brauch ich doch. Oh mein Gott. Äh, will ich da rein lunzen? Was steht da? Social Killer. Serial Killer. Was steht da? Shot by Police. Okay. What mentioned? Robert Haidt. Robert Haidt. Judith Haidt. Mother. Alle Infos von uns. Da kann doch schon ein bisschen mehr noch rumlunzen, oder? Okay. Whatever. Mir gefällt diese ganze Präsenz hier. Okay. Ja. Das ist ja. Okay. Ich bin. Okay. Ich bin. Okay, also diese Kamera gehört von der Familie, wo eine Frau alle Menschen erschossen und getötet hat. Die wurde auch vom Polizisten dann umgebracht, was ich vorhin gelesen habe, an der Wand. Und diese Kamera, die wir jetzt haben, die wir gesehen haben auf dem Bild, die wurde nie versteigert. Also der Besitz dieser ermordeten Familien wurde versteigert, außer die Kamera. Die nicht. Das hat wahrscheinlich auch einen Grund. Kann ich die nicht verwenden, den Schlüssel? Scheinbar nicht. Achso, okay. Dann machen wir mal dieses Geschenk auf. Das ist Luca 16. Das ist an mich. 100% hat die Kamera dafür gesorgt, dass ich die alle umbringen und fotografiere. Oh nein, mach das doch nicht auf, Kerle. Wie ist es hierher gekommen? Und weil der Name draufsteht, heißt nicht, dass es dir gehört. Oh nein. Mein Name ist Luca. I'm on the second floor. I love to kill people and take a photo from their buddies. Ach süß, ich kann das anpiepen. Um. Was bringt denn das? Gibt es mir hier irgendeine Falte, um die Kamera zu verwenden? Mama. Mein Name ist Luca. Oh, es ist bitter, ey. Oh, da oben ist ein Strick jetzt. Och. Okay. Dann... Backseat Gaming aktiviert. Nein, okay, den finde ich schon selber raus. Kann ich hier nicht den Schlüssel einstecken, meine kleinen Mäuschen? Nee. Okay. Zoomen. Rotieren. Was steht da drauf? Stack. Oh, ist das unangenehm. Das ist sehr unangenehm hier. Study. Ah, Study. Ja, das habe ich doch gesagt. Ähm. Kriege ich eine Flashlight? Oh mein Gott. Ist das ekelhaft. Jetzt kann ich da in so dunkle Ritzen rein fotografieren. Ich habe überhaupt nichts gesehen. Und es ist auch okay, wenn man überhaupt nichts sieht, weil man nichts sehen will. Ich hänge da jetzt das dumme Foto hin. Ich will das da hinhängen. Warum darf ich das da nicht hinhängen? Warum geht das nicht? Oder geht es jetzt weiter, oder was? Ah, nee, doch nicht. Oh nein. Fuck you. Bitte nicht. Oh nein. Nein, du kommst jetzt nicht... Du kommst jetzt nicht näher. Oh Gott. Was ist denn das? Ich will Licht. Ich will wieder Licht. Ich brauche Licht. Gib mir Licht. Gib mir mein, gib mir mein Licht zurück. Ich brauche mein Licht jetzt. Jetzt kann ich die Scheiße hier endlich aufhängen. Jetzt brauchst du einen Nagel, Kollege. Was denn sonst? Wo ist der scheiß Nagel? Ich mache die Uhr jetzt kaputt. Benutzen. Ich glaube, ich weiß, wo ich den Nagel finde. Schon wieder die Uhr. Sag mal, hat die Uhr irgendwie so ein Fetisch, dass sie es liebt, die ganze Zeit ihr rotes Tuch von mir auszuziehen? Ist es ein Fetisch, oder... Das ist dein Problem. Okay. Wo ist der Nagel? Nee, ich kann es hier wirklich nicht verwenden. Kann ich den Nagel irgendwo hier aus dem Bild rausholen, oder... Hier war doch vorne ein Nagel. Ich habe es doch genau gesehen. Da ist doch ein Nagel. Kann ich den jetzt nicht rausholen? Da ist doch ein Nagel. Hier sind doch tausend Nägel. Da. Überall. Nagel everywhere. Nagel. Da oben ist auch wieder einer. Da ist auch wieder einer. Wieso kann ich den nicht nehmen? Es sind so viele Nägel. Da nagelt es. Da sind auch tausend Nägel. Oh, da kann ich sogar einen nehmen, oder? Ey, da sind tausend Nägel. Erzähl mich, dass ich mir da keinen Nagel nehmen kann. Ich habe sogar einen Hammer. Also. Ich glaube es ja wohl nicht. Ah, da ist ein Nagel. Ja, aber das, was ich gemacht habe, war doch genauso logisch. Oder? Oder? Die Ecke ist clean. Nutzen. Pomp. Um. Mit einem Schlag. Dann hängen wir den Vater da wieder auf. Den Opa. So, Opa. Da. Da gehörst du hin. Muss ich gleich ein Foto von dir machen, ne? Hier, er zeigt auf mich. Opa, mach doch nicht den. Oh, da ist auf einmal eine Tür. Opa wollte mir etwas zeigen. Kann ich dafür diesen Schlüssel benutzen? Oh, tatsächlich. Der Schlüssel fliegt. Hallo. I-Beams. Oh, jetzt bin ich hier in einem Raum. Oh, oh. Was hat Papa hier gemacht? Ist das so ein perverser Raum? Ist das? Warte mal, was? Madison Hale dumped her victims' bodies inside a well in her basement. Oh, super. Okay. Ja, aber warum? What is going on? Also, der Vater hat scheinbar mit diesem Madison hier in quasi recherchiert, was mit der passiert ist. Polizeibeamter Russell bezeugt. Wie wir von der Polizeistelle informiert wurden, hat der Beamte, der das Leben von Madison beendet hat, ausgesagt, dass die Serienmörderin vor ihrem Tod um ihre Sofortbildkamera gebettelt hat. Er wird vermutet, es wird vermutet, dass die 43 Jahre alte Frau Fotos von ihren Opfern gemacht hat, nachdem sie diese verstümmelt hatte. Ist aber doch sehr, sehr ungewöhnlich, dass eine Frau sowas macht. Also jetzt nicht irgendwie, dass wir sagen, nur Männer machen sowas, aber allein von der Kraft her, gut, wenn du die erschießt und dann zerstümmelst. Ist nur sehr ungewöhnlich, ja, sehr ungewöhnlich, aber interessant. Ähm, Kathedrale von St. Jupiter, die Kirche des Grauens. Nach einer langen Reihe von Vorfällen ist die Kathedrale von St. Jupiter wieder in den Schlagzeilen, weil sie eine öffentliche Totenwache für die Seele der 43 Jahre alten Serienmörderin Madison Hale abhalten will. Diese hatte vergangenen Monat insgesamt vier Leute ermordet. Die Wache ist öffentlich und der Eintritt ist frei. Ab drei ist man Serienmörder, ne? Laut den Worten der Priester wollen sie versuchen, Madisons Seele mit göttlichem Licht zu erfüllen, damit sie ihre Tore des Himmels einblicken kann. Interessant, dass eine Frau vor der Sonne den Opfer macht. Ja. Ist voll interessant. Madison Hale, 43 Jahre, als Serienmörderin. Serienmörderin Madison Hale wurde vom Polizeibeamten Russell erschossen, der kürzlich bezeugt hatte, sie dabei ertappt zu haben, wie sie ihr Opfer in einem Brunnen aus ihrem Besitz verstümmelte. Madisons qualvolle Stunden vor ihrem Tod, obwohl ihr in den Bauch geschossen wurde, überlebte die Mörderin noch für einige Stunden. Serienmörder gestellt und ermordet. Bis zu vier menschlichen Körper involviert. Die Polizei fand verstümmelte Körperteile in ihrem Keller, der den Beschreibungen nach aussah wie aus einem Film. Vier zerstückelte Leichen wurden in Hales Haus gefunden. Augenscheinlich gab es für Opfer Hexerei oder Geisteskrankheit. Beweise für eine Geisteskrankheit wurden im Haus der 43 Jahre alten Frau Madison Hale gefunden. Anscheinend wollte sie ein finsteres Ritual durchführen, bei dem womöglich Menschen ermordet und gehackt werden. Die Polizei. Die Polizei. Punkt, Punkt, Punkt. Okay, da geht es nicht weiter. Aha. Aha. Ja klar, da muss ich dann vielleicht diese Fotos da machen, ne? Kann ich das mitnehmen, interagieren? Greifen. Ah. Ähm. Machen wir mal ein Picture. Da ist doch irgendwas passiert, ne? Oder nicht? Da ist was passiert oder bilde ich mir das ein? Bin mir nicht so sicher, Leute. Aber, es ist einfach nur krank. Oh, diese Geräusche. Dann machen wir mal ein Foto. Bäm. Gucken wir nochmal, was da so rauskommt. Hm. Da stehen Zahlen, sagt ihr. Oh ja, zwei. Jetzt habe ich schon wieder weggedrückt. Oh meine Güte. Nochmal. Dankeschön. Vielen Dank. So süß. Dankeschön. Zwei. Ein Y. Und ein weibliches Zeichen. Ich glaube tatsächlich, dass ich da diese komischen Bilder aus der Box brauche. Fernseher geht nicht mehr an. Klassiker. Okay. Ich weiß gerade nicht, wo ich hin soll. Ich habe Angst. Das macht mich alles so irre. Ob hier oder hinten in die Ecke. Ein Tresor. Was findet man ohne Kassette? Äh, ja. Greifen. Was ist das hier? Priester Thomas. Priester Thomas. John. Ich hoffe, das wird dir nützlich sein. Sei bitte vorsichtig. Denke daran, worüber wir gesprochen haben. Ich melde mich wieder so schnell ich kann. Priester Thomas. Ich weiß, dass Bandaufnahmen altmodisch sind, aber ich bin nicht so gut mit Computern. Okay. Gut. Legette la Spagette. Das bringt hier nichts, aber ich kann hier wahrscheinlich, ich brauche hier so einen Hebel, ne? Okay. Ach, im Inventar kann ich die Bilder einsehen. Aber wo? Ah, hier. Alle meine Bilder? Ach so, witzig. Aber nur die, die eine Bedeutung hatten, ne? Ach nee, alle wirklich. Um Jottes Willen. Okay, da muss ich ein bisschen aufpassen, was ich hier fotografiere. Ich hätte nämlich sonst mein Fotoapparat ein bisschen als Licht benutzt, ne? Abgeschlossen. Habe ich nicht noch irgendeinen Schlüssel? Jott. J. Okay, wir haben einen Schlüssel. Vielleicht geht der ja in diese eine Kackschublade rein. Das ist so unangenehm, was ich so anfühle. Das wäre hier die ganze Zeit irgendein Mensch. Der hier rumstiefelt. Aber wirklich, so ein Polaroid-Film mit so vielen Bildern will ich auch. Ich auch. Ne, J. Ich kann die Bilder auch wieder löschen. Okay, das ist sehr gut. Oh nein. Pass mich. Mein Name ist Luca. I am on the second floor. Ne, geht nicht. Geht auch nicht. Okay, wir sind am Arsch. Ne. Das ist so scheiße. Das macht mich schon noch ein wenig fertig, gell? Also so easy ist das nicht hier. Kann ich hier wirklich nicht den Schlüssel verwenden? Das kann ich vielleicht gar nicht glauben. Ne, ich kann ja wirklich nur untersuchen. Da ist auch irgendein Zeichen drauf. Ein Quadrat. Kann ich aber die Tür einschlagen? Das ist doch das Mittel für alles. Wo kann ich das Kassettenbändle abhören? Ey, wirklich. Wo habe ich denn ihre Kassette-Rekorder? Ich nehme gern Tipps an, meine Freunde. Ich nehme das gerne an. Der Schlüssel wird ja nicht hierfür sein. Oh mein Gott, der ist ernsthaft hierfür. Okay. Ja. Annehmen, ablegen, nehmen. Oh, mein Tagebuch. Untersuchen. Okay. Sister Slack. Mami's Arm. Ach, das sind wahrscheinlich die Sachen, die ich für ein Ritual brauche. Dads Kopf. Oh mein Gott. Und deswegen hat er es mir weggenommen, weil er das nicht wahrhaben wollte. Ich bin wahrscheinlich besessen von der. Und möchte dieses Ritual hier machen. Und da muss wahrscheinlich das Bild hin. Ich habe ja jetzt schon leider, muss man ja sagen, hier in dieser Box, sind ja jetzt ja leider schon der Arm meiner Schwester, das Bein meiner Mutter. Und wahrscheinlich brauche ich jetzt noch den Kopf. Kann ich das hier schon mal hinpacken, die Bilder? Ne, noch nicht, ne? Das heißt, ich brauche noch den Kopf meines Vaters. Türe öffnen sich wegen Gewitter. Oh, das ist aber gemütlich hier, okay. Oh nein, ist der auch noch gestorben. So, Spooky. Weiß nicht, wo ich hingehen soll. So viele Dinge. Die mich einfach nur verrückt machen. Und ein... Ja, liebes Spiel! Oh nein. Nein. Und der Keller leuchtet noch rot. Oh nein. Der Klassiker. Und was die da drin wohl gemacht haben? Ähm. Hallo, ist das der Keller? Nee, es ist das Bad. Ich laufe mal dem unauffälligen, leuchtenden, roten, freundlich angemachten Licht entgegen. Voller Krise. Ich möchte einfach nur die Scheißding anmachen wie diese. Ah, hoch, runter. Oh je. Okay. Ah! 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 Oh nein, da kann ich sogar durch. Da stand jemand oben. Oh mein Gott, was? Ich habe es zum Glück nicht gesehen. Ich möchte erst den unangenehmsten Part kurz hinter mich bringen. Und das war der Keller. Oh gut, sie geht nicht auf. War la Krise, Mann. Kriege ich bitte mal eine Taschenlampe? Ich kann nicht mehr. Ich werde wegen euch nicht alt. Weil ihr mich die ganze Zeit zwingt, so eine Scheiße zu spielen. Und dann fragt ihr mich auch noch, wie lange ich noch YouTube machen will. Ihr Sadisten. Wer dreht da die Kurve, Mann? Wo fange ich denn jetzt an? Ich höre jetzt erstmal die Kackkassette ab. Und das Bad habe ich auch geöffnet. Ich mache das jetzt. Ich möchte nicht in Grandmas Haus. Ich möchte... Das war ja klar. Voice E-Mail. Können wir bitte irgendwelche Türen sich hier nicht mehr öffnen, weil ich hier irgendwelche Dinge anschaue, bitte? Danke. Ich muss erstmal hier mich vortasten, Spiel. So, jetzt hören wir erstmal rein. From the moment of first contact, it is already too late. When a demon attaches itself to a human, Demons? It becomes a parasite of sorts. Uh-oh. It feeds from the host until it devours every last part of their soul. In most instances, the demon's relentless objective is to get back to the world of the living. If you want to break that link, well, I'm afraid it's no simple matter. I could speak at length about various rituals and procedures, but by far the best way is to obey. Help the demon attain that which it seeks. Only then will the demon leave... Oh nein. ...of its own accord. The demon has made the contact it needs and already walks among us. In the first stages of possession, the host human tends to withdraw from friends and family, becoming aggressive, and even violent. This is the result of the spiritual battle between the host and the entity, both vying for control over the mortal body. The symptoms that indicate that the possession is progressing are dizziness, nausea, and headaches, the latter of which can be so intense as to render the host unconscious for days. The dark entity manipulates its host with visual hallucinations and voices in the mind. Destroying the sanity of the host is for the purpose of making them malleable, compliant. This is how the demon fully exerts its insidious control. Okay. Oh, oh. Okay, also im Prinzip hat er gesagt, was alles passiert ist, wenn man besessen ist. Ich meine... Ja. Also im Prinzip bin ich... Wir wissen noch nicht, ob ich besessen bin, aber ich bin... Doch, ich bin besessen. Und ich habe Kopfschmerzen. Und der Kontakt wurde durch die Kamera hergestellt. Eine rote Tür. Ja, wissen wir, wo die ist? Die ist unten. Also wir sind besessen, Kontakt kam über die Kamera. Eigentlich hat er gesagt, müssen wir das tun, was der Geist will oder der Dämon. Wir müssen das tun, was der Dämon macht, nur dann lässt er uns gehen. Das heißt, wir müssten ja theoretisch unseren Vater umbringen. Anders geht's ja gar nicht. Kann ich hier nicht benutzen, muss ich wahrscheinlich für die andere Uhr am Anfang benutzen. So, heißt im Prinzip, äh, we are fucked. Und, äh, ja, wir haben alle Symptome, deswegen hat unser Vater uns weggesperrt und wahrscheinlich haben wir jetzt schon die Schwester und die Mutter deswegen getötet, deswegen Beine und Arme, weil der Dämon möchte ja das Ritual machen. Deswegen glaube ich mal, dass wir leider dieses Ritual durchführen müssen. Ja, moin. Äh, gerne, Laiki. Wenn das kein Stress für dich ist. Ich würde gerne mal diese Münze zu der anderen Uhr bringen, einfach nur um zu checken, ob das was bringt. Das ist einfach nur spooky, ey. Ne, bringt noch nichts, okay. Das ist schon extrem creepy, ne? Also, geiles Game, muss ich jetzt schon sagen. So, dann gehen wir hier mal weiter. Die Tür ist noch zu, die ist auf. Gehen wir mal ins Bad, ne? In die Wanne. Oh, was steht da? Blaue Knie ist real. 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 Hä? Was ist das? Okay, hab ich noch nicht. Da hat jemand aber ordentliches Kack verbaut. Do not use. Da unten ist ein Artikel, eine Zeichnung, die sagt, Kombination rechts, achtmal links. Oh. Haben wir irgendwie eine Kombination schon? Kombination rechts, achtmal links. Das ist gruselig. Rechts, achtmal links. Merken wir uns. Haben wir irgendwo eine Kombination? Das ist ätzend hier, ey. Kack, wer stellt... Oh mein Gott. Wer stellt sich denn sowas hin? Abgeschlossen. Habe ich da nicht einen Key? War das irgendwie... Ne. So... still auf einmal. Können wir uns bitte... Oh nein, was? Da höre ich. Okay, nix. Ah, ich hasse es so sehr. Okay, da ist wieder die Küche. So unangenehm, dass du irgendwie so das Gefühl hast, da ist jemand. Und dann drehst du dich um und es ist niemand da. Und irgendwann steht jemand da und hast wieder dein ganzes Vertrauen verloren. Oh Gott. Mein Herz, warum schlägt mein Herz? 12 Uhr 9. Okay, müssen wir uns wahrscheinlich merken, die Uhrzeit. So arm wie er weint und wie er redet. Das ist so traurig. Das erinnert mich voll an Ayuwuki. Okay. Hier kann ich aber nicht die Uhrzeit selber umstellen oder muss ich einfach bis neun warten? Glaube nicht. Dann gucken wir mal, ob der Schlüssel unten an der roten Tür geht, weil da müssen wir jetzt ja scheinbar hin. In diesen kackdunklen Keller. Ich soll ein Foto von der Badewanne machen. Meine Community. Wie viel Sadist steckt in dir? Meine Community? Ja. Okay, für euch. So, während ich das mal wedel. Oh, leider nix drin. Oh Gott, da waren ja rote Augen unten drunter, oder? Ih, was war denn das? Warte mal. Ah ne, ist nur ne Mülltüte. Ah, da ist ein Bild. Ein rotes hängt da. Komm, wir quetschen uns noch mal durch enge Passagen. Das ist so grausig. Ist doch die Tür. Hab ich doch... Oh, die Kakerlaken, von denen soll ich mich ja fernhalten, ne? Dann bin ich ja hier auf jeden Fall richtig. Kann ich das untersuchen? Kann ich da nicht den Schlüssel nehmen? Ne, ich kann ja nur nix machen, glaube ich, oder? Ein bisschen Kakerlaken. Eigentlich muss ich hier schon hin. Da muss ich wahrscheinlich... Was hab ich denn vergegen... Wofür ist denn das? Das hier. Das ist doch, um irgendwas aufzuziehen. So eine Art Spieluhr. Oder? Oder muss ich ein Foto machen? Oh. Okay. Das war jetzt aber... nicht so nett. Oh. Don't open steht da. Ja, dann machen wir doch mal auf. Oh mein Gott. Da ist der Brunnen. Was? Was ist das Ort? Das ist unmöglich. Ah, hier ist doch eine Kombination, oder? Ach, warte mal. Diese Symbole hab ich doch... Ja, ja. Wie war das nochmal? Das war doch... Äh, warte mal. Ich hab die doch zum Glück abfotografiert. Hier zwei. Unten das. Und dann das. Das heißt, hier... Das da, ne? War hier. Und hier? War das? Und hier oben war die zwei. Ich glaube, das war richtig. Und da muss ich hier noch irgendwas drauflegen, oder? Oder war das falsch? Das Foto vielleicht? Ne, zwei. Doch, das war richtig. Aber braucht er jetzt hier irgendwie die Bilder? Ich glaube, das war richtig. Ich glaube, das ist gut. Okay. Dann... Gehen wir da mal runter? Genau! was sonst gibt ja sonst nichts zu tun heute kakerlaken sehr oft foto und rot okay gut ich will wieder hoch ich kann sogar wieder hoch hey das spiel hat mich erhört okay kommen wir machen das jetzt sei ein mann oh gott oh gott das erinnert mich an backrooms ok kannst du nicht aufmachen wir wissen aber alle was da drin ist die tür ist zu scheiße was denn das ekelhaftes officer russle officer russle officer russle officer russle kann es sein dass der polizist auch totes oder schuldig das ist hier 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 ist hier 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 Ist hier irgendwo der Empfang stärker? Ich kann halt irgendwie kein Foto machen, weil er das Ding in der Hand hat. Ah, jetzt. Okay. Oh Gott, da ist ja gerade was gelaufen. Hm. 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 Okay. 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 Was? Wie ist es? 1987 Es sieht aus, dass es öblich ist. Ich werde weiterfüllen und sehen, was auf der anderen Seite ist. Die sind hier. Shit! Ich bin die Menschen verletzt. Sie sind alle mutiliert. Die Legen, die Hände, sie sind überall. Ich kann nicht sehen, Madisyn. Ich glaube, sie ist hier nicht. Beweise! Oh nein, bitte nicht. Madisyn? Ist das du? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich höre da was blubbern. Oh Gott. Ist das widerwärtig. Widerwärtig. Haaaah! Ich will hier raus. Oh mein Gott, das will ich! Oh mein Gott! Was will ich? Oh Gott! Oh mein Gott! Okay. Hatten wir das nicht in der Demo? Oder hatten wir das nicht mehr bei Visage? Da komme ich wahrscheinlich überall. Kann ich da immer unendlich so lang latschen, ne? Und wie weit kann man da lang latschen? Nicht so weit, okay. Oh shit. Das war aber richtig wahrscheinlich. Ich muss da jetzt immer rein fotografieren. Oh Gott! Was ist jetzt falsch? Oh nein, es sind alle verschlossen. Oh Gott! 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 Ah ja… Ich auch nicht! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Was ist denn der Kack-Dachboden? Okay, aber wo ist der? Der muss doch hier irgendwo sein, oben, oder? Der Dachboden wird ja irgendwo oben sein, hier. Da ist wieder dieses komische... Ah, da oben ist er. Ja, ich hab's gesehen! Da hör ich ein Klicken, ein TikTok. Aua, erst mal voll ins Gesicht geknödelt. Das mit dem Schlaf ist vorbei, sagen die Leute. Egal, ich werd euch mit Dreamlight Valley nachher noch in den Schlaf bringen. Oma und Opa. Alter ist nur eine Zahl. Du kannst addieren und subtrahieren. Doch am Ende aller Tage, wenn die Zeit kommt, stirbst du so, oder so? Das stimmt. Nee, ich hab den noch nicht genug. Da kommt ein Bild hin. Hab ich auch noch nicht. Was muss denn da hin? Oh, ist das gruselig. Ah, da kommt jetzt wahrscheinlich das Bild hin, hier, oder? Nee. Nö. Muss ich das abfotografieren wieder, weil es rot ist? Hm, Gnu lernt langsam. 25. 41. Oh, ich bin neugierig. Okay, kann ich da auch ein Foto machen? Hier bringt nix. Da bringt es wahrscheinlich auch nix. Oh, doch auch. Okay. 10. Oh, wir mussten doch irgendwo den Code eingeben. Ich glaub, ganz am Anfang, oder? Bam. Aber die Shape hab ich nicht. Die kommen, hier haben wir noch ein rundes. Ich glaub, dass wir das einfach noch nicht machen können, ne? Doch, das kommt doch einfach da hinten hin. Hier hängt's. Da ist auch noch was. Ein Schlüssel hängt hier einfach. Oh, fürs Liebeszimmer. Ist jetzt der Snoo-Sno-Raum dran. So, und das andere Bild haben wir noch nicht, glaub ich. So. Ist hier noch irgendwas? Seht ihr immer noch ein rundes Bild? War doch noch ein rundes Bild. Muss ich da nicht auch noch ein Foto von machen, hier? Ja, doch. 13. Okay, ich glaub, jetzt haben wir alles abfotografiert, oder? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Wir haben alles abfotografiert. Das haben wir aber nicht abfotografiert, oder? Das haben wir nicht abfotografiert. Das haben wir nicht abfotografiert. Sonst haben wir alles. 38, so. Und da oben ist auch noch eins. Das zählt aber nicht. So, das haben wir alle abfotografiert. Ich würde sagen, passt. Was ist das? Ich mag das nicht. Ich hab doch jetzt den Liebesschlüssel. Kann ich das Bild noch hier aufhängen? Aufnehmen? Nee. Oh Gott, ich will da gar nicht rein. Jetzt muss nur Room. Let's interrupt. And go to the snoo-snoo room. What a mess. Siree, lesen. The entrance key should be somewhere. 22. März 1972. Man sagt, ein Tagebuch wäre gut fürs Gedächtnis. Na dann. Wir werden sehen, ob das auf mich zutrifft. 29. März 1772. Heute sind wir zu einem Garagenverkauf in der Nähe des Zentrums gegangen. Ich habe ein Buch mit tollen Rezepten gefunden. Johnny fand auch ein Buch, über das er sich sehr freute. Er war deshalb aus dem Häuschen. Ein wirklich schöner Tag. 1. April 1972. Ich bin mitten in der Nacht aufgewacht. Schon wieder. Ich könnte schwören, dass mich etwas aus der Ecke aus der Anstart. 3. April 1972. Heute war mein ganzer Schmuck überall im Raum verstreut. Und mein Hochzeitsring war in der Küchenspüle. Ich fragte Johnny, wonach er gesucht hatte. Doch er schwor, dass er nichts angefasst hatte. 5. April 1972. Wir mussten Johnny wieder zu uns ins Bett nehmen. Das Buch, das wir ihm gekauft hatten, bereitete ihm Albträume. Wir müssen zugeben, dass es ein wenig gruselig ist. Ja, das müsst ihr wirklich zugeben. Erstmal ein Tagebuch vom verstorbenen Opa gelesen. Ganz ehrenvoll. Ganz schön viel Meds, ey. Weil diese Katze. Was ist das? Ja, das konnte ich selber auch nicht übersehen. Ja, so krank. Elisabeth Maxwell. Augenuntersuchung. Diagnose Katarat. Seltsame Unterform des Katarats. Beide Augeneffel färben sich komplett weiß. Die Patientin verliert ihr Augenlicht innerhalb kürzester Zeit. Beeinträchtigung der Sehstärke prozentual. Rechtes Auge 95%. Linkes Auge 87%. Wir können nicht definieren, was die Augen der Patientin schädigt. Bitte die Medikamente weiterhin einnehmen. Okay. Deswegen hat sie auch auf diesen ganzen Bildern so gruselige weiße Augen. Oh, kann ich das vielleicht öffnen? Ich hab doch so einen Schlüssel. Nee, kann ich nicht. Okay, was ist das? Oh, so kleine Dias. Okay. Wir sind auch über Bilder abgehangen. Was gibt's denn hier? Es speichert es nicht gut. Ah, hier muss ich die Münzen... Ah. Hier muss ich die Münzen einsetzen, oder? Hm. Ich setz die hier einfach schon mal ein, weil ich die hier nachher brauche. So. Deswegen setz ich die hier mal ein. Dann hab ich die hier gesaved. So. Irgendwas ist hier grad aufgegangen, ne? I heard it. I hear it. Schon echt. Ich dachte, es fällt dir erst jetzt auf. Ah! Ah! Ja, ich hab das Tagebuch zu Ende. Darf ich dir irgendwas in deine Schale legen? Cracker, irgendwas. Ich bin... Ja, ich hab das Tagebuch zu Ende ச. Da kann ich jetzt die Dias einsetzen, ne? Mhm. Mhm. Grandma. Mama. Dad. Die Fotos sind ziemlich älter. Erzke ist wieder zurück, ne? Muss ich da eigentlich irgendwas fotografieren, oder? Vielleicht mein Vater, weil er das letzte Opfer ist? Warte mal, wird doch gerade irgendwas gezeigt, oder? Oh, look at this. Ach, das ist die Reihenfolge der Monde. Es ist so magisch. Oh mein Gott, die scheiß Statue. Please. Please. Just leave me alone. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was ist denn das? Sieht aus wie Pyramidenkopf. Rot heißt doch eigentlich immer Bild, oder? Oh Gott, da ist doch der Safe. Wie man die Toten kontaktiert. Auch er wollte nur mit seiner Frau wieder reden. Oh. 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 Okay, wie war das nochmal? Einmal nach rechts. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Mal. Oder wie war das nochmal? Achtmal links. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Oh mein Gott. Oh. Das ist das rote Bild. Hä, war das nicht der Safe? Äh, Joseph Abraham, ich lese Runenkarten, Tarotkarten und Kontakt, äh, kontaktiere geliebte verstorbene Menschen in der Geisterwelt. Wähle zwei, eins, neun, äh, zwei, eins, zwei, fünf, sechs, fünf, vier, vier, acht, vier, fünf, eins, zwei. Können wir die nachher mal anrufen? Liar, Lügner steht da hinten drauf. Okay, was war das hier? Wenn du die Kombination brauchst, dann weißt du, wo du sie finden kannst. Bei der Uhr. Find it. Bei irgendeiner Uhr. Oder war's das? Eins, 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 zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Yes, das war's. Nee, auch nicht. Eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei. Sechs, sieben, acht. Nee. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Nee. 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 Ich glaube, ich kann hier nur nichts machen. Oh, die Statue ist weg. So, passiert manchmal. Dann muss ich wirklich den scheiß Code machen. Ich glaube, ich muss den Code fertig machen. War das ein Zeichen? Die Frage ist bei Rot oder bei Grün für links. Was muss ich bei Rot eingeben? Fangen wir doch mal so an. Also, Rot. Nö. 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 Vielleicht die Zahlenkombination. Steht da. Ich mach doch genau. Guck mal ins Notebook. Da schreibe ich doch auch öfter Sachen rein. Nee. Da ist noch nix. Nee, auch nicht. Also wir brauchen auf jeden Fall... Das haben wir noch nicht. Aber wir haben doch vorhin irgendwas gelesen mit so und so oft links. Naja, dann haben wir es halt noch nicht. Oder muss ich ein Foto machen, weil es ein roter Safe ist? Oh nein. Da habe ich zu schnell gedacht und falsch gedacht. Das gibt es doch nicht. Das Gnu hat gelacht und die Community hat nicht gebexated. Was ist denn los mit euch? Okay, dann machen wir das jetzt mit den Münzchen. Da war gar nix. Die steht im Klo. Unangenehmes Flackern. Kann ich das aufmachen? Nee. Ich würde gerne jetzt die letzte Münze eingeben. Das ist das, was wir auf jeden Fall machen können. Bitte kein Jumpscare. Bitte, bitte. Ich hasse diese Figur. Können wir jetzt bitte einigen, dass die Statuen hier einfach mal verschwinden sollten aus diesem scheiß Haus? Wie groß ist es eigentlich? Ich laufe jetzt schnell. Aber eigentlich will ich mich auch nicht jumpscaeren. Ich mache jetzt eine Abkürzung. Da kann man sich umso mehr erschrecken, umso schnell man rennt, ne? Das wollte ich euch nur mal sagen. So. Jetzt lasst mich mal das Bild anschauen. Wir haben doch hier ein Rätsel, das wir lösen können. So, also. Auf jeden Fall, die zwei blauen müssen hier hin. Das stimmt. Und dann muss das weg. Was, du? Was? Muss ich da ein paar Ist halt falsch. Muss ich die nehmen. Und dann kann ich aber die nicht. Oh Gott, dann muss ich mal das eine Bild wegpacken da oben. Oh Mann. Also, er kann doch zu viel tragen. Ach, komm, Kerne. Das ist doch ein Hohn. Also kann man doch nicht auch alle 10 Millionen Aufgaben auf einmal machen. Man muss die schon auch schön nach der Reihenfolge machen, weil sonst habe ich irgendwann zu viel Stuff. Stimmt, die Kassette können wir jetzt auch anhören. Nein! Wo ist wieder die... Wie ist irgendwo eine Kuh unter den Dingern hin? So, dann hören wir uns noch die Kassette an. Guter Punkt. Die Lechette, la Kassette. Oh, ich habe noch einen roten Safe am Anfang. Da kann ich Sachen ablegen. Roter Safe, wo ich Dinge ablegen kann? Das halte ich für ein Gerücht. Du lügst doch. So, Kassette ist ein guter Punkt. Lechette, la Kassette. So, let's go. Ein da. Nein, das habe ich schon gehört. Aus mit dir. Ich möchte gerne Nummer 2 hören. Ja. Ja. Das haben wir auch schon bemerkt. Das haben wir auch schon bemerkt. Ich bin, ich bin, ich bin. Sie sind passiert. An astral... ...transportation, fürẹparend. An astral what? Diese... ...malicious beings... ...forst ihre hostes... ...to live... ...moments... ...that shouldn't be possible... ...in ein unterschiedlicher Ort und Zeit... ...perhaps sogar in eine andere Dimension... ...altogether. Das hört sich nicht gut an. Hier ist so warm, da muss ich meine Socken ausziehen. Das ertrage ich nicht. Ich schwitze schon richtig. Wegen dem Spiel. Wo kann ich denn hier ein Save? Ich habe ein Save, wo ich Sachen ablegen kann. Ja, dann let's go. So, das nehmen wir. Und dann kommt nämlich hier die hin. Und hier kommt das hin. Und das war falsch. Und das hin. Und das hin. Kann doch nicht sein. Und das muss so hin. Es war wirklich gespiegelt. Ist ja auch ein Foto, ne? Da brauche ich wieder mein Hammer. Ich verstehe schon. Ich verstehe schon. Ein geheimer Bestrafungsraum. Wie bei Fifty Shades of Grey. Ich verstehe. Danke für den Tipp, ihr Stinkies. So, da kann man einfach rüber gehen. Erst mal Kopf anschlagen. Das letzte Foto. Von meinem Vater. Oder brauche ich wieder einen Knauf? Der ist da. Ist da drin. Oh. Oh nein. Und dann hat er... Der Vater, ich werde mit euch. Der Opa hat versucht, seine tote Frau wieder zu kontaktieren. Und da es das Haus ist, in dem die Madison auch früher gewohnt hat, hat sie nämlich den Geist beschworen. Und nicht, wie er wollte, seine Frau. Oh. Ja. Leute. Nein. Aufhören. Einfach nur aufhören. Oh mein Gott. Madison, bist du's? Madison, bist du... What the fuck is happening in this house? Weil mir schreit erst jetzt. Ich hätte schon geschrien, hätte ich die da stehen sehen, Mann. Die Madison ist schnackt. Die weiß, was ein Good Life ist. Die lüftet die Lippe halt ein bisschen. Okay, dann packen wir das mal hier hin. Was ist jetzt aufgegangen? Irgendwas ist hier... Oh, wo kommt denn die her? War die schon die ganze Zeit da? Hallo? Und die Kack-Statue ist schon wieder weg, ey. Okay, dann... Muss ich... Hängen die Bilder alle richtig? Fehlt noch irgendwo eins? Ja. Ich glaube, die hängen alle richtig. Ich brauche ein Bett. Da kann man nix hinhängen. Kann ich da irgendwie was öffnen? Ich hab doch einen Hammer. Damit kann man sowas... Wahrscheinlich brauchen wir eine Brechtstange, ne? Hängt alles. Hängt, wie es hänge soll. Da geht irgend so ein Organismus die ganze Zeit an und aus, ne? Hört ihr das? Aber eigentlich hab ich doch jetzt alle Bilder. Oder muss ich hier irgendwas rechnen? Ich hab ja auch Zahlen. Wir sehen auch überall Zahlen und alles, ne? Dann haben wir hier... 56. Und... Sind halt beides Männer, ne? Wir haben einmal 33 und 56. Und hier... Haben wir noch... Die 10 und die 13. Machen wir mal die 10. So, da muss da die... Da muss da der 33-Jährige hin. Der da. Und theoretisch müsste dann der hier hin. Ich glaub, jetzt geht's los. Oh, tatsächlich. Wahnsinn, Leute. Super gut, Leute. Wär ich nie drauf gekommen... Wär ich nie drauf gekommen, dass man das so machen muss. Wahnsinn. Okay, krass. Das ist aber gar nicht gut, Leute. Das Feuerzeug ist unendlich, oder? Oh mein Gott. Ich bin immer fasziniert, dass er von Dingen gruselig findet und Angst hat, die nicht so gruselig sind, wie das, was er schon gesehen hat. Oh, Mann. Oh, nee. Soll ich denn jetzt lang? Okay. Jetzt reicht's aber langsam mal, girl. Ist jetzt auch mal gut langsam. Ich hab dich jetzt schon zu oft gesehen. Die tut nix. So, und hier gibt's jetzt keine, oder? Nicht, dass ich nämlich jetzt gleich wieder zurücklaufe. Okay, nein. Ich muss da lang. Oh, Mann. Hey, ich schwitze so sehr, weil es einfach so ein Jumpscare-Game ist. Ich pack das nicht. Ich pack das nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich will raus hier. Ich kann nicht mehr. Wo lang jetzt? Wiggle, wiggle, wiggle. Da lang. Hätte ich mir dann erfahren lassen unter Wasser. Ich hab's gehört. Kann man sich sparen? Gibt's hier irgendwelche Handabdrückchen? Ja. Man muss jetzt einfach nur lang latschen, ne? Ah, nee. Guck mal. Die sind, glaub ich, jetzt hier. Das ist gemein. Hier muss man lang. Oh, gut. Und safe call hier. Ja. I'm made. Ah! Ja, das fällt dir jetzt ein. Oh mein Gott. Sieht aber irgendwie nice aus hier. Oh, die geile Shooting Collection. Man kann's voll geil shooten hier. Oh. Hallo? Oh, ich hab ja... Ich hab ja ne Ding. Ganz vergessen. Friedhof. Alexis, ist nicht mal ein Paar für mein Opa? Geil. Schrecklich. Piraten. Ich versuch einfach, diesem Boden hier zu folgen. Ich seh sonst nichts. Ich bin froh, wie mein kleines Feuerzeug durchhält. Ich bin echt stolz auf mein Feuerzeugchen. Die sehen alle verlassen aus. Es gibt ein Gronk-Grabstein. Ernsthaft? Wie geil. Sind das alles Creator gewesen oder wie? Na klar, ab in den nächsten Brunnen. Was mache ich? Ja, das frage ich mich auch. Baby, are you down, 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 down? Oh. G-g-g-g-g-how did I end up here? Die Kathedrale von St. Jupiter schließt ihre Pforten. Die Kirche des Grauens. Die Kathedrale von St. Jupiter schließt eigentlich ihre Pforten. Nach Jahren der Vernachlässigung und einem Mangel an Leuten, die sich um die Institution kümmern wollten, hat die Regierung entschieden, ihre Dienste einzustellen. Gemäß den Aussagen der ansässigen Bevölkerung befand sich die Kathedrale von St. Jupiter in einem völlig resulaten Zustand und die Ansage der Regierung ist nicht mehr als ein politisches Manöver vor den Wahlen im nächsten Monat. Es ist wichtig, sich die traurige Liste an Vorfällen im Gedächtnis zu rufen, die mit ihr in Verbindung steht. Die wichtigen wären 1997 bis 1994 der Tod von 13 Arbeitern bei der Einrichtung der Kathedrale. 1951 das Gedächtnis von Nancy Goring im Jahr 1951, die von Priester Louis persönlich an die Polizei begeben wurde. Beständnis. 1987 die höchst umstrittene Totenwache für die Serienmörderin Madison Hale. 1992 der Armatlauf im Jahr 1992, in dem zehn Kinder und fünf Erwachsene auf tragische Art verstorben sind. 1995 das Selbstritt von Vater George und 2015 Kapitalisch schließt ihre Pforten. Okay. Das ist ja wirklich ganz schön runtergekommen hier. Ein rotes Bild. Wiggle, wiggle, wiggle. Mein Nierchen geht's wieder gut, Dankeschön. Gunst. Das sieht hier eher aus wie die Hölle. Ein gelberes Licht. Wo ist denn eigentlich mein Feuerzeug? Das habe ich doch genau bemerkt, dass das auf einmal verschwunden ist. Wo ist mein Feuerzeug? 2022, 1951. Wo sich davon auch Fotos machen? Tatsächlich. Noch ein Zettel? Und wahrscheinlich hiervon auch noch, ne? Ach, witzig. Da komme ich in die anderen Welten. Ach, lustig. Ach, lustig. Ah. Das ist ja nice. Da komme ich hier quasi in die Zeiten rein. Aber hier gibt's ja gar nix. Ah doch, hier geht's ja lang. Ah, geil, oh. Lockenturm, Grundstein. Oh, wieder ein Ablagesafie. Das ist doch geil. Voll das geile Feature. Halt die Frage, ob in der... Oh. Dann will ich nämlich nochmal kurz zurückgehen und gucken, ob wenn ich in den anderen Weg gehe, ob da noch was Interessantes ist. Und zwar 1951. Ist ja voll geil. Ultra nice. Okay, ich höre dir zu, girl. Ich bin es, Nancy. Er hat ein Versteigert. Er hat allein gesagt, dass er michないわ hat. Er war das Gefühl, dass er ein Versteigert. Er hat mich nicht nur ein Versteigert. Er war ein Versteigert. Er hat mich nicht nur ein Versteigert. Er hat mich nicht beheben. Er hat ihn aufhört, als er ein Versteigert. Er hat ihn überlegt, Entdeckt, warum er seine Schulden. Er wusste, er konnte nicht in Deutschland. Er wusste, er wusste, dass es sich im Versteigert. Er wusste es nicht. He tried to pretend it was all gone, but it wasn't gone. He chased him and haunted him and haunted me. Father, you have to understand. He was in charge of a gas chamber. He took so many idiots in life and destroyed them. 1954, ne, ja. Moin, Jaris, ja. He was in his eyes and I would see a void. And Tina's nothing looking back at me. He was already dead. Only God knows how many lives he had taken. Ach, es ist 1945. Ach, der 41. Ich habe sicher, dass er nicht mehr jemanden verletzt hat. Ich habe sicher, dass er sofferte. Ich weiß, dass Gott mich für meine Säte verbringt. Hanes, halloed be your name. Your kingdom come, your will be done. On earth as it is in heaven. Our Father in heaven, halloed be your name. Your kingdom come. Your will be done. On earth as it is in heaven. Our Father in heaven, halloed be your name. Ich bin gerade unsicher, in welcher Zeit ich mich jetzt bewegen soll. Also in dem grünen Raum, die grüne Kerze zu dem Engel und so weiter. Aber hier oder in dem anderen Kack? Kann ich die hier schon hinstopfen? Also grüne Kerze zu Engel. Mach ich jetzt. Die müsste ja stehen bleiben. Vorsicht, hoffentlich haut es jetzt den Kack-Ding hier nicht runter. Ich hab ein bisschen zu hart getriggert. Ich hab die Kerze zu einem Bild in den Räumen. Die Reihenfolge ist, glaube ich, in dem Raum, wo du die guckst. Okay, aber ist egal, in welchem Jahr ich das mache, oder? Also grünes Engel. Das heißt... Hier. Kommt dann... Ist das grün oder ist das... Green. Rot ist Jesus. Es ist egal, in welchem Lab ich das mache. Weil das andere war ja voll gefährlich. Da war er ja da, ne? Deswegen mach ich das jetzt einfach mal hier. So. Rot ist Jesus. Ich komme. Jesus. Jesus, ich komme. Jesus Christ. Jesus... Jesus... Ich komme, Jesus. Verdammt. Wirklich ein Irrgarten. Einfach diese gruseligen Bilder. Wer hat denn auf sowas Bock? Hier. So. Das ist... Engel. Ich denke, das soll Jesus sein, oder? Oder ist es Gott? Das ist Gott. Rot ist ja Jesus, aber das passt hier ja nicht. Das ist ja... Da kommt dann Gelb hin, oder? Warum passiert da nichts? Falsches Jahr. Achso. Das geht wirklich immer nur in den Jahren, weil die Bilder sich verhangen. Achso. Dann gucken wir trotzdem mal in den anderen Bildern, ob das ging. Ich fühle mich hier nicht wohl, Vater. Vater! Ich möchte gehen. Der Irrgarten macht mir Angst. Er erinnert mich an meine Erdbeerwoche. Die ist immer so schmerzvoll. Ey, Vater, ich möchte hier wirklich raus. Ich komme nicht raus, Mann. Ich komme nicht raus. Oh mein Gott, hat sie eine Tür geöffnet? Ich will raus. Ich will hier raus. Raoul! Gillette! Lass mich doch raus. Oh Gott. So, grün haben wir gemacht. Der Engel ist drin. Jetzt gucken wir mal, was bei blau geht. Vielleicht... Ich glaube, dass ich hier schon noch eine Kerze placen kann. Glaube, ich kann das schaffen. Blau. Blau war Maria. Maria! Hier ist dunkel. Ich weiß nicht, wohin. Nein, die anderen sind in 1951. Ich will da aber nicht hin, weil da läuft der Sack rum. Okay, wir müssen leider jetzt in 9051 gehen. Auch wenn ich das nicht möchte. Es ist aber leider so. Ich mag nicht. Oh Gott, die Tür geht von allein zu. Okay, let's go in there. Okay. Also grün habe ich ja gemacht. Rot. Jesus. Rot. Ist Jesus. Red. Verdammt. Verdammt. Ich hasse diesen Kack-Irr-Garten. Was soll denn das? So. Na ja. Passt schon. Hat gespeichert. Also wenn es speichert, ist es... Nein, der kommt ja jetzt schon, der Sack. Warum? Ich bin da noch gar nicht so weit. Holy shit, warum kommt der jetzt schon? Das schaffe ich ja niemals. Das kann ich ja gar nicht schaffen. Blaues Maria. Blau ist die gute Maria. Rülpst mir nicht ins Ohr. Oh scheiße. Fuck. Das ist ja richtig schrecklich. Das ist ja richtige Scheiße hier. Okay, ich bin tot. Ich sehe auch nichts, verdammt. Blau war Maria. Blau war Maria. Nein, das ist nicht Maria. Hier gibt es keine Maria, verdammt. Ich bin dead. Blau gibt es keine... Oh fuck, Alter. Stehen die Kerzen jetzt schon oder sind die alle wieder da? Ne, stehen nicht. Okay, dann kann ich Blau jetzt noch schnell machen. Also ist egal, wenn ich sterbe. Immerhin placed sich das zum Glück. Also ich dachte, das tut sich immer alles wieder auflösen, aber es bleibt zum Glück stehen. Also egal. Das ist nur Kacke für den Jumpscare. Okay, dann muss Blau... ...muss hier sein. Blau. Blau muss hier sein. Da werde ich ja noch nicht gestresst hier, ne? Hier habe ich ja meine Ruhe. Der Penner ist ja nur im Anderen. Und Gelb muss... Da muss ich nur noch Gelb machen, wenn ich das jetzt gemacht habe. Das ist halt auch Kacke, dass ein Irrgarten ist, ne? Und dann kommt der, dieser Sack. Echt gemein. Da ist wieder jemand ein Türchen geöffnet. Ich habe es genau gehört. Keine Ahnung, wo lang. Da. So. Blau war Maria. Maria. Ja. So. So, dann müssen wir im Anderen Raum nur noch die Gelb machen. Gelb war ich ja vorhin. Das hat nicht funktioniert, ne? Hobby recht. Meine lieben Freunde. Gelb war falsch. Haus der Chair. Der ist so gemütlich für meine Füßchen. Dankeschön, du Süßi. Wie lange bist du noch wach? Ähm. Gelb war im Anderen ja, ne? Gelb war ja Jesus oder Gott. Und der war im Anderen Raum. Geh jetzt schlafen. Oh nein. Warte doch noch kurz. Okay, Leute. Die gelbe Kerze. Let's go. Speed run. Okay, ich komme gleich. Oh, hier ist Jesus. Gelb ist Gott. Ah ne, das ist das hier. Ich bin. Ich bin. Deine Achten. Ich bin. Ich bin. Die bell. und sicher und sicher ja ist geschafft das war intens so die glock hat gebimmelt dann hoch gute nacht ich komme trotzdem gleich noch der schlüssel ist wofür so back to 90 51 mich erinnern fahrer und beichtstühle jetzt leider immer ein gronk so genug gebetet zeit jetzt wirklich zu beten hans goreng hans ist goreng oder bohring oh ich hab ein i oh ich hab das i i got the i for medicine oh stress da sind wir aber gar nicht weich gelandet oh der schädel ja was mache ich mit dem jetzt oh wieder ins haus zurück oder das hat 43 nacht sich let the rain wash away all the pain of yesterday ähm 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 ist wieder zurück latschen hinten flackert es doch ich sehe doch dass da was ist es ist so ein verwirrungsraum auch fricks auch versiegelt ja witzig irgendeines der bilder saß wisches die tür hat gewiggelt wiggel 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 just a little bill komm schon mach auf tür türen öffnet euch wir hatten genug lockdown das ist mal ein richtiger lockdown ey oh da war sie weg das ging jetzt aber flott ich hab doch gar nichts gemacht oh jetzt muss ich es wieder von vorn machen ich bin gestorben aber das ging ja so schnell wie soll ich denn da wegrennen lololololololololololololololololololololol Es ist versiegelt. Hit it with the hammer one more time. Er ist nicht der Typ. Wahrscheinlich ist das der eigentliche Mörder von allem Übel, oder? Oh, Baby, Baby. Muss ich jetzt echt... Oh ja, Ziegel. Muss ich echt dreimal hin und her laufen? Mal gucken, ob die Tür auch weggeht, wenn ich sie nicht fotografiere. Ja. Der kommt doch jetzt, oder? Das ist halt das Problem, wenn man einen Kopf mit sich mitnimmt. Mensch. Was habe ich denn jetzt eigentlich alles für tolle Gegenstände hier? Mein Name ist Luca. Okay, gar nichts habe ich eigentlich. Ich kann... Ich habe einen Kopf. Das reicht. Das Telefon geht wieder. Ich glaube, ich spinne. Wie schön, wieder zurück zu sein. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal sage. John? 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 Das ist die vierte Mal, ich habe versucht, dich zu callen. Ich bin, ich bin, ich bin... 7 sacrificier, 7 mutilations.. 7 oder 8 für Sie? Look, wir befinden uns ein Diabverw prospective. Madison Hale versucht zuק inhibieren, bevor sie zuaut wurde. Und jetzt bekommt sie deine Kinder es für sie zu verleihen! Sie versucht ihr ihr Kind von ihr Kind zu verlaufen. Call mim, als schnell sie du den Text bekommen! Oh, oh! Es ist es nicht. Sie will uns. Sie will uns alle töten. Hier ging es in diesem Psycho. Hier hat alles angefangen. Habe ich dafür eigentlich irgendwas bekommen? Ach stimmt, dazu hat sich ja dieser Raum geöffnet. Mit diesen... Was war da nochmal drin? Genau, dieses Ritualdingens. Okay. Oh, die Kakerlaken laufen mir aber alle hin, ne? Oh lol. Oh lol. Ich kann es aber nicht tragen. Weil ich schon wieder zu viel Kacke in der Hand habe. Ach krass, die Kakerlaken zeigen einen den Weg. Ablegen. Ablegen. Keine Ahnung, den Schädel brauche ich jetzt, glaube ich, noch nicht. Willst du das? Achso, okay. Das ist das Wichtigste scheinbar, ne? Wieso kann ich nur auf einmal so wenig auch nehmen? Ist der Kopf so schwer? Zwei Schlüssel waren das, ne? Die da gelegen sind. Die Kakerlaken sagen mir den Weg. Achso, ich kann hier noch irgendwas benutzen. Das habe ich falsch gelesen. Aber was? Ich glaube, dass ich jetzt das nicht machen kann. So wie das Brett oben am Dachboden. Ich glaube, da kriege ich noch so eine Brechstange oder sowas. Aber wir haben ja die Tür da unten noch nicht aufgemacht. Oder haben wir die schon aufgemacht? 75. Basement. It's the basement key. Nene, 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 nene. Ich kann nicht aufhören zu spielen. Nene, 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 nene. Will ich da wirklich rein? Nein. Oh, was? The crowbar is in the basement. Oh, sie ist nicht da. Oh, sie ist nicht da. Wo ist denn die crowbar? Wo ist denn die crowbar? Oh nein, läuft die auch wieder rum? Achso, bewegen sich die Sachen, ne? Okay. So bewegen sich die Sachen. I understand. Das heißt, da ist es doch. So, und wie komme ich jetzt wieder zurück? Okay. Oh Oh Das ist unangenehm Boah, alter Founded Meine Güte Ah, warum geht da das Licht aus? Ah Ah Kann ich oben und unten alles wegballern Ich hab endlich die Crossbar Yay Let's go Oben auch direkt Scheiß tut weh, lauf weiter, Kleines Ist okay Ja, ja, lauf weiter Es wird alles wieder gut Nicht schimpfen Oh, was hab ich denn da gemalt? Ih, meine Augen My Eyes Okay Ich hab alles im Griff, Leute Auch wenn's nicht so aussieht, ist es okay Wir nehmen die Crossbar und öffnen das Alle guten Dinge sind drei Wo kann ich denn noch eine öffnen? Eine Kassecke Höre es nicht an Was werd ich wohl tun? Ich werd's mir anhören Darf ich's mir anhören? Gibt's noch irgendetwas, was ich öffnen kann? Ich hör mir das jetzt an Wir sind eh schon am Arsch Let's go Du hättest nicht anhören sollen Ich hätte es nicht anhören sollen Ich hätte es nicht anhören sollen Ich kann nicht Ich kann nicht niemanden Nicht sogar Albert Wenn du das hörst Bluenknees ist echt Bluenknees Ich weiß ich nicht Ich weiß ich nicht Und ich weiß ich nicht viel Zeit Ich weiß Das F***ing Thing Ich kann es Ich kann es Breathing Right behind Me Singen Das F***ing Song Over And over And over And over And over In my head Oh Bluenknees Is behind And will find What he's been looking for For so long All alone Where he belongs Oh Bluenknees Is behind And will find What he has been looking for All the kitchen Where he's written This song Just for you Oh Die Kassette sollte glaube ich Nicht in meiner Hand sein Und laufen oder Einfach doch Gab's doch auch noch Wir hatten doch Vorhin noch Irgendwie Oh Was geht denn hier ab Wir hatten doch Vorhin noch Wir hatten doch Vorhin noch Irgendwie Den Code Für die Tür Und für den Safe Das haben wir Alles gar nicht Da muss ich Irgendwas hinpacken Wahrscheinlich Die Dinger Ich weiß nicht Ob das stimmt Kann ich das wieder haben Oh das war glaube ich Richtig Oh Oh schon wieder So ein Schlüssel Interagieren Body exchange ritual Ein sentimentales Objekt Oh und dann Die Zerstückelung Sieben Opfer Two bodies A ghost Ach sie wollte ihren Kopf Woanders reinpacken Human ashes Brauche ich die Scheiße jetzt Du musst sie hier Reinpacken Wofür ist denn das Davon habe ich Jetzt auch schon Zwei Von dem Schlüssel Komm nicht mehr Vorbei Mir ist auch Irgendwas Ein Schlüssel Wie heißt Wann ist die Nochmal geboren Habe ich wahrscheinlich Nicht den Code Zum Ausgang Komme ich auch nicht Ich habe doch Zwei Schlüssel mit Dornen Oder Hier ist ja noch Einer War hier nicht Akku Ist umgefallen Kann ich den noch Machen Kann ich den Schlüssel geben Ne 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 Okay Irgendwie gruselig aus Ach das ist doch der Oder Ist doch der Dreieckschlüssel Oh Oh Look at this Agathe Key In eine andere Dimension Was ist das für Eine kranke Scheiße Hier 15. Juni 1972 Ich hasse es Wenn Albert Die Nacht Durcharbeitet Sobald es dunkel wird Ist es so Als ob die Welt Kopfstehen würde Da sind Knarzen Geräusche Überall im Haus Und das Haus Ich weiß nicht Das weiß Das meine Sehkraft Immer mehr nachlässt Aber Gestern habe ich mich In meinem eigenen Haus Verirrt Und das nicht Wegen meiner Sehkraft Die Räume Bewegen sich umher Ich konnte nicht einmal mehr Mein eigenes Schlafzimmer finden Wir sind hier nicht mehr sicher Nicht mehr Nicht wenn dieses Ding Mitten unter uns lebt What Albert war wütend auf mich Weil ich überall im Haus Kerzen angezündet habe Aber ich habe das Gefühl Dass die Lichter mich beschützen Oh die ist so Ah süß Oh Gott Ich will da aber nicht runter Oh Ja das Mann Her damit Damit kann ich das Klo Jetzt öffnen Die Toilette Das passt doch alles Oder was muss ich Wieso soll ich das ausmachen Warum sollte ich hier Irgendetwas tun Vielleicht um den Generator Anzumachen Achso damit mache ich Den Generator an Oder wie Ups Okay Das hat gepasst Was haben wir denn zum sägen Lass mal gucken Was wir so zum sägen haben Ups Entschuldigung Das dachtet ihr bestimmt Es kommt eine Sequenz Den Schädel oder Den Schädel Die rostige Dose Ja Die rostige Dose Aber nur die Das kann ich ja öffnen Das brauche ich ja nicht machen Da kann ich mir die Bilder reinziehen Die rostige Dose Oder beides nur Weil in dem anderen Sind ja nur die Bilder drin Da hat der Opa Aber ganz schön geschreinert Hier unten Das müssen Madisons Opfer gewesen sein Ist das aber nicht das was wir alles fürs Ritual brauchen Kann ich das den jetzt Inlegen Yes Okay Dann muss ich die anderen Dosen noch holen Und den Schädel Aua Oh es passiert irgendwas unheimliches I don't like this I don't like this Gefahr 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 Schädel Oh ja Oh ja Untertitelung des ZDF, 2020 Abgeschlossen Oh Gott, da ist wieder Tape Oh nein Am Fenster, die Kegelags sind doch Oh hier, was geht denn hier ab? Ich hab's genau gesehen Was bombt denn hier? Ach, wahrscheinlich das hinter der Tür In dem Raum hier Da ist irgendwas in dem Raum drin Oh, wie gruselig Das will jetzt raus Aber wir haben ja den Bolzenschneider Damit können wir jetzt das Klo aufschneiden, Leute Und da war irgendwas mit Blue Need Ich verstehe immer nur nicht, was dieses blaue Knie-Ding soll Don't use Okay Das sag ich Leuten auch immer, nachdem ich auf dem Klo war Hallo, was bist denn du? Oh, es war doch nur Oh, es war doch Oh, es war doch For the Lord's sake Not sick You'll end up losing your mind if you don't cut the crap This book has nothing to do with your illness I wish you'd stop acting like a child Stop hiding our stuff and take your goddamn pill Jesus Do you think it's normal? Do you think pupils vanish like dust? I'm telling you that that fucking thing is what's causing this for me Enough, Elizabeth Stop acting like a ten-year-old and go to bed Albert Everything started the day we brought that fucking book to this house It's a disease, Elizabeth If you don't believe me I will leave this place I'm done And I'm taking Johnny with me We are not Staying here Wait a minute This is You're paranoid Ellie It's 4 a.m. Elizabeth You should just go back to bed before we wake up, Johnny Come on We can talk about this now You're gonna regret this You'll end up all alone Just you and your stupid fucking clock Hat er sie jetzt erschlagen? Okay, also er glaubt ihr nicht Ich bin auf dem Klo Ich bin auf dem... Oh Gott Scheiße, dass wir zwei Türen im Klo haben, Mann Ich hab noch ein Tape Das muss ich noch schnell anhören Lass mich Tape Nummer 3 Nummer 3 Ist doch Nummer 3, oder? John John I must stress to you How dangerous These demons really are I've witnessed a few exorcisms In my time Not everyone lived To tell the tale These beings Are not alive And that Makes them stronger than us They Entertain themselves With us They enjoy our fear Causing us pain They feed off of it It gives them power Gives them strength When one of them Becomes attached To one of us It's all but impossible To stop They play with our bodies Does this mean that Until they find what They were looking for Get rid of that camera As soon as you get this message But please Please do be careful If your child has already had contact with this entity His life, yours and your families are in jeopardy Chanel What have I done? Oh je, jetzt wird's mir echt bewusst Also die Die Frau ist an die Kamera gebunden Und die Kamera an uns Oh oh It burns My body burns Horns 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 I think I've seen something like this In the house Horns 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 There are also Horns 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 What is happening to my body? Hier wieder ein Hinweis. Nee. Hat doch entweder was... Ah, das war doch am Anfang hier, ne? Das rote Licht hier am Anfang, das ging ja runter. Wisst ihr noch? Hä, wie ging denn das jetzt? Kannst nicht anmachen, ne? Und jetzt? Krieg ich jetzt gleich wieder eine Nachricht, was ich tun muss? Oh, es klingelt. Keine gute... Oh Gott, das hat mir was richtig nervig. Ich seh wie die Postboten. Ich weiß, Postboten nerven nicht, aber manchmal klingeln die, weil sie irgendwo anders ein Paket abgeben müssen, bei mir zehnmal hintereinander, damit ich die Tür aufmache. Äh, oh Gott. Hey, das ist so ein Psycho-Kack hier. Wo ist denn die Haustür nochmal? Oh. Wo ist denn die Haustür nochmal? Hier. Da komm ich doch gar nicht durch. Achso, wo ist... Hä? Pizza ist da, der ist aber sehr geduldig. Achso, bei ihm daheim. Weiß nicht, wo die scheiß Haustür ist. Achso, da hinten, oder was? Achso, oh. Ist die hier, die Haustür? Diese Wohnung ist einfach so riesig. Hat's aufgelegt. Ach, hier. Hier ist die Haustür. Ey, wie lange musst du da laufen, um dann mal nach Hause zu... Was ist hier drin? Irgendein Psycho-Raum, auf den ich gerade keine Lust hab? Er ist dick. Achso, ich bin mir... Wichtig. Er ist... Er ist... Aufhörbar dich. Oder ob es ein Wisch-Kraft Ritual aus den Bezug auf der Szene verwendet. Im Gegensatz zu dem der anderen, die Polizei gefunden haben, die Schmutzschlag, Schmutz, die Schmutzschlag oder der Schmutzschlag. So, das war der... Oh, der sieht ganz anders. Robert Hale. Wir müssen jetzt quasi die ganzen Opfer, die sie getötet hat, abfotografieren. Ich bin noch nicht sicher, ob er Yu gesagt hat. Oh Gott, ist das ätzend hier. Da Judith Hale. Sie hat nämlich zuerst ihren Vater, die Mutter getötet. So, der nächste war 27. Das war der... Das ist schrecklich, ey. Nicht 27? Haben wir da nicht einen Hammer? Bam! Hup! Wir ist wegfloppt. Hup! So, 27. Drake. Too young. Viel zu jung. Hier war doch irgendwo eine rote Karte. Hahaha. Vielleicht haben wir es hier auch einfach falsch gemacht. Was? Wer war das? Das war eine... Eine 35 Jahre alte Frau. Lynn steht nicht dran. Hier auch. Hier ist auf gar keinen Fall. Die ist 35. Was steht hier dran? Fump! Bam! Ich hasse es. Aber Ashley Smith steht halt kein Datum. Keine Ahnung. Die wird es wahrscheinlich auch nicht sein. Ich würde jetzt einfach sagen... Lynn, my love. War echt ein Bug. Nummer 5. Ich... Er sagt du. Weil sie ist ja in mir drin, ne? Der Dämon ist ja von mir besetzen. Deswegen sagt er du, du, du was. Du, du, du. Was gibt's hier noch so? Nix. Es ist grausig, dass sie da drin liegen. Du kannst da reinglotzen. Fürchterlich. Und ich habe mich umgebracht. Erfahren wir jetzt, wie Madison gestorben ist? Sieben. Ein Schlüssel. Sieben war das jetzt. Okay. Nummer 7. Okay, das Du ist jetzt vorbei. Grausam. Das ist eklig. Ich... Ah! Oh Gott, das ist unangenehm. Oh Gott. Oh. Was ist da? Musik. Oh, Dads Room? Habe ich dafür jetzt nicht den Schlüssel? Oh, geht der jetzt? Habe ich den nicht? Ne, der ist nicht dafür. Dads Room. Oh, das wäre spannend, da rein zu gehen. Aber das habe ich jetzt nicht, ne? Oh Gott, sind wir wieder im Kackhaus, Leute. Oh nein. Und ich habe, glaube ich, kein Licht, oder? Oh, ist das ätzend. Ich weiß gar nicht mehr... Ich habe die Orientierung verloren. Warum ist denn alles so dunkel auf einmal? Das ist ja richtig schäbig. Oh Gott, Hilfe. Ich konnte nix sehen. Habe ich nicht irgendwie ne Lampe oder sowas? Ah, ich habe ja meine... Hm, 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 hm. Ah! Alter! Ihr Arschlöcher! Oh mein Gott, ist das abgefuckte Kacke, Mann! Ey, echt, Mann. Ohne Witz. Mein Herz, äh, es schmerzt. Oh mein Gott. Das war ein ganz, ganz schmerzhafter Jumpscare. Kann ich hier nicht benutzen? Boah, ey, also mein Herz ist brennt. Boah, mein Herz, es brennt, wenn ich dich sehe. Wo muss ich denn jetzt den Kack hier einsetzen? Da ist ein Tuch. Oh, kann ich den hier anwenden? Nee. Boah, das war ein krasser Jumpscare. Bitte klipp. Klipp, klipp, klipp. Kann halt jetzt jederzeit wieder passieren, ne? Uah! Das lassen sich jetzt nicht entgehen, den Jumpscare, ne? Die Schweine. Darauf stehen die auf purem Sadismus. Boah. Ey. Ich weiß nicht, wie ich wieder zurückkomme, verdammt. Ach, hier. Ah! Ey, jetzt! Lass mich in Ruhe! Mann! Du dumme Sau! Ich kann nicht mehr, ey. Mit Herzproblemen darfst du das echt nicht spielen, ne? Boah, ey. Leck mich doch. Jetzt ist es nicht mehr gruselig. Ich mach jetzt einfach keine Fotos mehr. So, es hat sich jetzt einfach erledigt. Hey, also wirklich. Puh. Also. Ich mach jetzt den Kackstrom wieder an. Oh, yes. Oh, yes. Oh, ja. Lass mich. Dreh mich nicht um. Kannst deine Wurmeln dir sonst wohin stecken. Bestimmt, das ist das der Schüssel, ne? Yes. Oh Gott, mein Herzchen. Mein Puls ist gar nicht so hoch, 60. Der ist bei mir schon hoch. Oh, wer macht sich denn so einen Raum? Oh Gott, was ist denn das für ein Raum? Mein Händer. Das ist, was die Festung talked dem願い. Das Ding ist... Das Ding ist von uns. Das Ding ist, offered an zu mir. Tick tock. Oh Gott, der steckt das Ganze j Noem ist. Tick tock, tick tock, tick tock. The Haus ist voll von facts. Euros� Communication these. Madonna. Tick-Tock. We're gonna go down. Tick-Tock, Tick-Tock, Tick-Tock. Use it or lose it, meine Freunde. Oh, Combination. Neunmal left, elfmal. Ach, sowas hasse ich doch. Muss ich davon ein Foto machen? Ah, hier ist noch eine. So. Also, und rechts. Und acht links. Also, wir haben einmal unten acht links. Und rechts. Und oben war es elf links. Elf links, rechts und acht left. Okay. Hier, elf. Neun, elf. Okay, wir haben's. My name is Luca. I shit on the second floor because I got scared all the time and that's why I'm pooping. My English skills are very, very well, but the course is not so fast. Bitte nicht nochmal jumpscahlen. Bitte, bitte, bitte. Let's see. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich hasse dich so sehr. Du blöde Sau. Na? So, jetzt weiß ich nicht, ob's grün oder rot ist. Wir probieren's mal. Neun links. Oh. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Neun. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Neun, zehn, elf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ja. Oh Gott, ja. Was ist da drin? Ein Brief. John, mein Sohn. Ich bin alt geworden und war schon so lange auf der Welt. Ich bin stolz darauf, was für ein Mann du geworden bist. Und ich bin so glücklich über die Zeit mit meinen beiden Enkelkindern Luca und Chanel, die du mir geschenkt hast. Ich schreibe diesen Brief, damit du eines Tages das alles verstehen kannst, was mir gerade durch den Kopf geht. Und um die Geschichten zu widerlegen, dass ich ein alter Wirrkopf sei. Gott existiert und Satan ebenfalls. Mein ganzes Leben lang wollte ich nicht daran glauben, doch mit der Zeit wurde mir klar, dass ich völlig falsch lag. Deine Mutter ist überhaupt nicht krank gewesen, doch ich konnte ihr trauriges Ende nicht abwenden. Es mag weit hergeholt klingen, aber Blue Knees ist real. Wer ist denn Blue Knees? Keiner von den Fachleuten konnte die Ursache für ihren Zustand herausfinden. Ganz zu schweigen von einer Behandlung und ihr diesen Kampf zu erleichtern. Ich wünschte wirklich, dass ich in der Zeit zurückreisen könnte, um ihr zu sagen, ich glaube dir. Hm. Okay. Mein Name ist Luca. I shit on the seventh floor. Oh Gott, bitte erschreck mich nicht. Bitte erschreck mich nicht. Es kommt 100 Pro nochmal, Leute. Es kommt 100 Pro nochmal. Es tut mir leid, ich gucke nach unten, dann sehen wir nichts. Das ist wie so ein aufgehobener Furz. Du weißt, er kommt eines Tages und du weißt nicht wann. Bitte lass diese Kack-Jumpscares einfach. Bitte lass sie einfach. Es ist alles gut. Ich muss singen, damit ich nicht so Schiss hab. Leider kann ich das nicht, aber das ist mir egal. Oh nein, da hat jemand eine Flasche fallen lassen. Es ist... Ah, du dumme Sau. Das ist die Sinfonie der dummen Sau. Das beschreibt mich und das Gameplay glaube ich ganz gut, ey. Oh Mann, ey. Ich hab wieder meine 5 Minuten, ey. Ich mach das Spiel einfach so fertig, ey. Ich glaub, das muss da rein. Lass mich mal raten. Oh, ich hab recht. die scheint auch, aber da kommt der Kuckuck halt nicht, ne? Ich glaub ehrlich gesagt, wenn der Kuckuck kommt, dann stimmt's. Leute. So, das ist alles das hier. Okay. Dann stimmen die beiden schon mal. Die hier passt dann nicht hin. Okay. Die hier hab ich grad reingepackt. Okay. So, jetzt weiß ich halt nicht, wo die hin müssen. Wo soll ich denn das wissen? Ich brauch auf jeden Fall noch. Wir können sonst mal die nächste suchen. Und zwar die hier. 4 Uhr 20. 4 Uhr 20 können wir jetzt mal suchen gehen. Oh Gott, lass mich. bitte nicht noch mal. So. Das ist assi, ey. Ruhigt euch mal. Wo war hier noch mal einer? Auf dem Dachboden, habt ihr gesagt? Ich seh. Ah, hier. 4 Uhr 20. Die hatten wir noch gar nicht hier, oder? Soll ich die trotzdem austauschen mit dem Dachboden, oder? Ah, das stimmt sogar. Wenn der Koko kommt, stimmt's doch, oder? Ja. Ja, das ist doch die. Das isch sie doch. Hoff ich. Jetzt haben wir. Bei der ist es tatsächlich ein bisschen schwieriger zu erkennen. Soll das jetzt... Ah, 6 Uhr 40 steht drunter. 6 Uhr 40. So, 6 Uhr 40. Oh, 6 Uhr 40. Wo muss 6 Uhr 40 hin? Jetzt kommt gleich noch mal die Jumpscare-Kuh. 6 Uhr 40. Ich glaube, ich muss eher gucken, was wir noch brauchen, ne? Und die austauschen. In dem Raum. Die brauchen wir doch, oder? Ich glaube, ich muss einfach nur gucken, was ich brauche. Nicht mal, ob das da irgendwie hinpasst. Oh Gott, es kommt sie gleich wieder. Und 3, 2, 1... Äh... So. Die muss doch dann hier hin. So, dann passt das. Das passt. Die... Passt nicht. Die ist falsch. Die muss da hin. Oder? Ne, die ist auch falsch. Oder? Ja, die ist auch falsch. Was haben wir denn jetzt für eine Uhr? Jetzt haben wir 1.03. 1.30. So, 1.30. Muss wohin? Die passt jetzt auch. Das heißt, es fehlt nur noch die da hinten. Und die hier ist... Ähm... Ähm... 12.25 Uhr. Oder 0.25 Uhr. Wie wir es wollen. So, das heißt, es gibt doch jetzt noch eine. Wo ist denn die letzte noch? Vorne beim Opa. Jumpscare kommt bestimmt gleich nochmal. Puh... Wir brauchen 12.25 Uhr. 12.25 Uhr. Gib mir die 12.25 Uhr. Bitte. Gib mir... Die... Oh Gott. Kann ich da reinklotzen? Oh ja. Gib mir die 12.25 Uhr. Das ist keine 12.25 Uhr. Wo ist denn die da an die letzte Uhr? Hä? Oh, meine Güte, ey. Äh... Wo ist denn da noch eine? Im Wohnzimmer habt ihr doch gesagt, gell? Vielleicht brauche ja nur noch die 12.25 Uhr. Wohnzimmer, Esszimmer. Und da, wo der Safe war. Da waren wir noch nicht. Da muss dann eigentlich jetzt 12.25 Uhr sein. Da kommt bestimmt nochmal die Jumpscare-Sau. Boah, das waren so viele ätzende Jumpscares. Ich kann nun endlich lang rennen und ich lieb's. Umso mehr wirst du dich aber erschrecken. Du kannst dich nicht verstecken. Jetzt wird's der Jumpscare. Lass dich in 3, 2, 1. Da kommt sie gleich wieder. Der Time-House abgelaufen. Äh... Wo ist hier noch eine? Ich hab doch gesagt, beim Safe! Ah, hier, ne? Ich bin grad vorbeigelaufen. Ja, es ist 12.25 Uhr. Das ist korrekt. Und ich lauf jetzt rückwärts, damit die mich nicht Jumpscaren kann. Verdammt. Das hab ich auch noch nie gemacht im Game rückwärts gehen, weil ich keinen Bock auf Jumpscares hab, ne? Also so tief sind wir schon gesunken. Kann ich sehen, wenn ich nichts sehe. Kann ich auch nicht gejumpscared werden. Und ich kenne den Weg. Dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg wird Jumpscaerig und schwer. Nicht mit vielen Jumpscares wirst du dir einig sein. Doch dieser Jumpscare bietet so viel mehr. Hier war das, ne? Oh, ja. Auf! Komm, auf einmal die Fotos da unten her. Daher wusste ich, dass ich da ein Foto machen muss. Oh, ich glaub, da ist sie wieder. Hallo. Ich tu mal in deinen Zeiger und ein bisschen rumspielen. Klopp. Okay. Oh, ich werde da nicht alt mit dem Spiel, du. Also. Kollegen und Kolleginnen die hier Anwesenden, die einfach nur sadistisch sind, weil sie sich dies hier anschauen. Warum sind sie so sadistisch? Warum gefällt ihnen, was sie hier sehen? Das ist schlimm. Oh, nein. Mich erinnert seine Stimme voll an den Jungen von Are You Wookie. Da war es in die Notiz geboren. Oh. Heißt es, sechsmal nach links? Eins, zwei, drei, vier. Viermal nach rechts. Eins, zwei, drei, vier. Und viermal nach links. Oder soll ich die roten Streifen einfach nur außer Acht lassen? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Elfmal nach links. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, siebenmal nach rechts. Und viermal nach links. Und das hat sich meine Community jetzt bestimmt für mich gemickt. Wisst ihr, ihr seid wie so das kleine, schmuddelige Zettelchen, was man mitnimmt, wenn man eine Klassenarbeit schreibt. Ja, der Spickzettel, das seid ihr. Ihr seid der Spickzettel. Die roten sind es, glaubst du? Also wenn es rot wäre, wäre es eins, zwei, drei, vier, fünfmal nach rechts, äh, fünfmal nach links. Fünf nach links, vier nach rechts, und vier nach links. Das kann ich mir, glaube ich, noch merken. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. War falsch. So, also. Dann sind es doch. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Nö. Dann ist es doch tatsächlich alles. Dann ist es eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf nach links. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben nach rechts. Und vier nach links. Sechsmal, fünfmal. Ach so, wenn man den Pfeil mitrechnet, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, habt recht. Der Pfeil war noch einer. Sehr gut. Oh, das Geld. Und ein Schlüssel. Ja, kack aufs Geld und den Schlüssel. Was ist denn das für ein Schlüssel? Johnny. Oh, Johnnys Schlüssel. Das ist doch mein Vater sein Schlüssel. Er kann in sein Zimmer. Oh, Johnny. Warum hast du kein Gewissen? Oh, Johnny. Deinen kleinen, unanständigen Kassetten hier im Kassettenrekorder. Was hast du da aufgenommen, Johnny? Hast du da was für deinen O-Long Johnson aufgenommen? Johnny? Ach, das bin ich der Junge, ne? Bestimmt. Oder ist mein Vater? Mein Vater wahrscheinlich eher. Also mein Opa. Okay, was ist das hier? Um den Vogel zu retten, sprang der Hase in die Luft und ließ die Freude zurück in Form eines Furzes. Die Schlange unterhalb der Ratte blieb da, während der Hai in den Tiefen diesen Plan erdachte. Was willst du von mir? Was? Oh nein, ein Rätsel. Oh nein, was quietscht denn da so kacke rum? Ach so, da muss ich jetzt die Beschwerer ranpacken. Oh nein. Ist da... Was quietscht denn hier so? Ist da was drin? So, um den Vogel zu retten, sprang der Hase in die Luft. Woher weiß ich denn, was ist das Schlange? So, der Hase sprang in die Luft. Hey, Kollege, wer schreit hier die ganze Zeit? Also, der Hase sprang in die Luft. Das heißt, der Hase hat kein Gewicht dran und ließ die Freunde zurück. Die Schlange unterhalb der Ratte blieb da. Das heißt, die Schlange muss ein bisschen unterhalb des Hasen. Die Schlange unterhalb der Ratte bleibt da, während der Hai in den Tiefen diesen Plan er... Ach. Da muss der auf jeden Fall ganz tief, der... der Hai. Weil der ist am tiefsten. Sind wir gerade nur unsicher wegen Ratte. Ratte und Schlange sind, glaube ich, auf gleicher Höhe, oder? Während die Schlange unterhalb der Ratte blieb da. Und ließ die Freunde... Also, der Vogel... Genau, der sprang der Hase in die Luft. Der ist oben. Ließ die Freunde zurück. Die Schlange unterhalb der Ratte blieb da. Das stimmt, weil die Schlange ist unterhalb der Ratte. Während der Hai in den Tiefen ist. Diesen Plan erdachte. Warum geht es da nicht hoch jetzt? Ich habe doch es richtig gemacht. Oder kann man hier noch irgendwas dranhängen? Die Uhr. Was steht denn da dran? Was steht da dran? Blue Nies. Wie, was hat denn das mit diesen blauen Knien die ganze Zeit auf sich? Blue Nies. Ja, das ist das Buch, das alle sprechen. Kann ich das mal anmachen? Äh, aufmachen? So, Blue Nies. Vor vielen, vielen Tagen gab es eine Kreatur mit unbekanntem Namen. Sie hatten stets alleine gelebt und nicht nach Gesellschaft gestrebt. In einer eisig kalten Nacht erlitt sie eine Plage und schlief dann für zwei Tage. Am dritten Tag erwachte sie in völliger Dunkelheit und fühlte sich geschunden. Oh Graus, ihre beiden Augen waren verschwunden. Die Kreatur kroch aus dem Bett und krabbelte auf der Suche nach ihren Augen umher, doch sie fand diese nicht mehr. Sie kroch und schlurfte und ihre Knie wurden blau und taub. Ihre kolonden Augen wurden zu staub. Bis heute will sie es nicht eingestehen und ihre Suche muss fortbestehen. Jetzt nimm dich in Acht vor den Augen und schalte das Licht ein. Denn wenn du nicht entkommst, dann sind deine eigenen bald sein. Er fürchtet das Licht. Nutze etwas Helles, um sich zu schützen. Oh nein! Ich kann ihn blenden mit meiner Kamera. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Das sind alle Augen. Oh mein Gott! Okay, ich brauche jetzt meine Kamera. It's getting dirty, guys. Ist hier noch irgendwas Feines für mich? Oh nein! Was steht da? Hi, mein Name ist Johnny! Oh nein, das ist ja der. Bitte nicht. Oh, fuck my life. Ich bin nicht ready dafür. Oh nein, bitte nicht. Oh nein, ich bin nicht die in Ordnung, ich bin nicht Can�P. muss die scheiße durchsingen wahrscheinlich ich lasse es mal durchspielen weil ich glaube ich sollte das singen okay da hört sie auf grausig oh gott leute ich pack das nicht ich muss das lied komplett spielen oh grandma was right ach so ich muss dann aufpassen dass er mich nicht tötet während ich das abspielen das ist ätzend überall und in der küche wurde dieses lied geschrieben nur für dich ich muss wahrscheinlich immer dahin wo der mir sagt ich muss jetzt in die küche weil ich auch das auge nehmen oder aber das auge nicht nehmen warum warum konnte ich das eine auge nehmen das andere nicht hat kurz bis er kommt blindet hier kann ich jetzt auch ein foto machen wir sind doch kackalack und alles nö ok wir gehen mal in die küche er hätte gesagt ich soll in die küche gehen wo war noch mal die küche hier ist ein bild war nicht hier eigentlich die küche ursprünglich dieses auge kann ich nicht nehmen warte mal kurz bis er kommt und dann mache ich weiter küche findet man nicht muss ich finden und dann geht der song immer wieder von vorn los und ich habe mehr druck komm schon also nach einer zeit kommt der immer vorbei ne muss jetzt ins badezimmer in den badezimmer war ich schon ich muss jetzt in die küche ich habe jetzt schon den hier gemacht ihr badezimmer jetzt kommt dann diesen spielraum und jetzt muss ich küche machen und welches loch kommt der noch mal oder kommt immer noch nicht was mach ich habe Angst jetzt zu sterben ich muss jetzt alle augen reinschmeißen ich muss jetzt alle augen reinschmeißen wir müssen jetzt die augen reinballern so dann hier ist aber nicht das wahrscheinlich ist die küche jetzt gespiegelt hier ist auch noch ein zettel auf dem boden auch wahrscheinlich zwei augen ne ich habe einen neuen freund der namen ist bluenies du auf den können schon aber auch verzichte gell hier ist noch eins das ist glaubt die kitchen oder ah ne das ist der raum äh ja let's go warte mal ich hätte gesagt küche jetzt kommt er vielleicht spiele ich das dann doch kurz ab oh hey 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 ich hab gedrückt man was ne scheiße ich war zu früh man das ist ja ein ätzendes kapitel du ist mein auge schon reingeschmissen okay ja dann gehen wir mal in die küche die küche die küche wo ist die küche küche hat er gesagt zuerst ne ist noch mal bad was wollen wir doch auch immer das glaube ich alles machen ich spiele jetzt einfach alle ab ist egal so da kommen dann immer diese komischen augen raus wir können doch theoretisch die kurbel drücken und in der anderen hand einfach das den apparat haben so welch mit dir wieder ein auge drin das kann ich aber auch nicht nehmen hört sich so ätzend an dieses geräusch ich drehe jetzt einfach alle dinger ich kenne jetzt kein limit mehr ich kenne Kommt der immer nur, wenn ich an den Ding dreh? Ich glaub, wenn's Licht flackert, kommt der, oder? Kannst du bitte kurz kommen, damit ich ein Foto machen kann? Jetzt kommt er. Das ist ätzend, ey. Ey, ich hab ein Foto gemacht. Du Arsch, ich hab ein Foto gemacht. Oh. Aber ist egal, es speichert ja jedes Mal. Das ist ja das Gute an dem Game. Dass ich nicht wieder alles von vorne machen muss. Ist zwar ein bisschen erbärmlich, aber... Ich komm klar, Leute. Mir geht's gut. Fragt gar nicht nach mir, ja? Ist alles in Ordnung bei mir. Auch wenn's nicht so aussieht. Ich glaub, dass das jetzt auch schon gepresst ist. Oder? Ja, da liegt ein Auge drin. Sehr gut, da liegt ein Auge drin. So. Dann mach ich jetzt die Kacke. Ich speedrun jetzt. Let's go. Einfach durchdrehen. Das ist so gemein, weil man hört ihn im Hintergrund rumknuspern. Und jetzt konnte ich nicht sagen, ob ich ihn höre. Weil im Hintergrund hört man den auch in der Musik. Jetzt mach ich kurz noch ein Foto von ihm. Pa, 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 Ber. I'm your biggest fan. I'm following you until you love me. Boah, ist das Intens Ey, Alter Das ist so eklig So, jetzt kann ich durchkurbeln Por favor Wie kann man so singen? Jetzt singt er weiter Und er wird es finden, wonach er sucht Überall und in der Küche Wo er dieses Lied geschrieben, nur für dich Okay Okay Ein Auge Ich habe sein zweites Auge Oh, hier, oder? Nulis sagt, du hast schöne Augen Oh, er kommt So Jetzt haben wir, glaube ich, beide Augen Wir haben jetzt alles angeschaut Und angehört Und jetzt schmeiße ich das zweite Auge da rein Das sind die beiden Augen, die er sucht Oh, das hat sie getötet Oh, Gott Oh, Gott Das ist ätzend Oh, shit Oh, shit Oh, ich bin wieder hier Oh, der Arme Oh, Gott, schrecklich Da flüstert mir jemand ins Ohrchen Kannst die Kamera gerade nicht verwenden Ah, super Oh, scheiße Jetzt zählt man alt aus, gell? Ich glaube, jetzt sind wir geschwächt Komm schon, jetzt ziehst durch Du bist ein starker Junge Du schaffst das Ich weiß Periode ist was ganz Schlimmes Aber Du musst jetzt durchhalten Das geht nur sieben Tage Ich will der nicht hinterher gehen Ist die hier rein marschiert? Ja Da ist ein Schlüssel drin Du müsstest die Tür aufkriegen Jetzt leide doch bitte nicht so schlimm Oh, Gott Oh, Gott Kann ich bitte endlich dieses Haus verlassen? Okay Dann halt nicht Aber Oh, da vorne ist auf Das bringt mir nichts Bis dahin, oder? Komm ich hier wieder raus? Nein Du, überzeugen? Wir sind georscht Habe ich jetzt den Code für diese Tür da vorne? Oh, wie war denn der? Was hatten wir, sieben? Wir hatten doch Sieben, fünf und was noch? Mehr habe ich doch gar nicht Äh Habe ich das? Fünf Mann, habe ich die Fotos gemacht Hey, wie viele Fotos habe ich gemacht? Acht Fünf, acht Beziehungsweise acht, fünf Sieben Ah, sieben Acht, fünf Null Null, sieben Acht, fünf Da hätte ich gar keinen Bock, das aufzumachen Oh Gott Ja, und jetzt hast du aufgehört zu bomben Eine Irne Oh Gott, meine Hände Schau mal Ich sehe schon aus, sie bluenies Dad's hat The hanging son Son Der hängende Sohn Ich muss mich noch erhängen Oh nein, wie grausam Oh nein 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 Ach Deswegen laufe ich blau an, weil ich erhängt bin Oh mein Gott Wie grausam Und wo ist der Kopf vom Vater Wie grausam Oh, wo ist der Kopf vom Vater? Warum muss ich jetzt dran glauben? Die schauen mich alle an Voll gruselig Oh nein 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 Also hat sie mich jetzt dazu gebracht, dass ich mich umbringe als letztes Opfer. Aber da stand ja der Vater, der gehängte Sohn. Weil ich der gehängte Sohn vom Opa bin, oder? Was ja bedeuten würde, ich wäre der Vater. Es gibt doch gar keinen Sinn. Ich war doch der Sohn des Enkelkind. Da, der Head. Jetzt hat es ein Foto von mir gemacht, wie pervers. Da ist der Kopf vom Vater, gell? Ja, deswegen... Um Gottes Willen... The Nightmare is over. 666. Krasses Game. Also ich habe jetzt gerade nicht verstanden, war ich das letzte Opfer, oder? Aber Laiki sagt auch, du bist der Vater. Wieso bin ich der Vater? Ich bin doch am Anfang vom Vater weggerannt. Also bin ich doch der Enkel und vom Opa. Was ich aber komisch fand, dass ich jetzt am Ende mich erhängen sollte, da stand der Kopf des Vaters und dann stand da der hängende Sohn. Und ich bin ja auch irgendwo der Sohn vom Opa, wenn ich der Vater wäre, aber ich weiß es nicht. Das ist aber ein krasses Game gewesen. Warum sind da so viele Fotos, weil da alle erhängt wurden und fotografiert worden sind. Guter Punkt. Respekt an dich, dass du das Spiel gespielt hast. Boah. Also das war mal wirklich ein intensives Game. Ich spiele ja super viele Horrorgames. Angefangen von Resident Evil bis Silent Hill 1 bis Resident Evil 1 bis hoch. Bis Project Zero. Alles an Horror habe ich schon gezockt. Schon ganz früher. Und ich fand damals, P.T. war für mich so der absolut krasseste Horror, das absolut krasseste Horrorerlebnis zu damaligen Zeiten. Falls ihr euch erinnert an den Korridor, der immer wieder neu geladen hat. Visage war auch übel geil. Ich finde, das ist ähnlich wie Visage vom Gruselfaktor und vom Stress her. Also nicht ohne, aber schon richtig krass. Und es gibt eine Theorie, der der liebe Like My Style mir gerade reingepostet. Die würde ich euch mal kurz noch vorlesen zum Spiel. Ein Großteil von Madisons Realität steht zur Debatte. Aber wenn man sich die aufgenommenen Bänder des Priesters früh anhört, fällt ein bemerkenswerter Leckerbissen auf, dass Dämonen ihre Opfer manchmal in falsche Realitäten einhüllen. Der Vater gibt zu, dass er den Prozess nicht vollständig versteht. Aber obwohl klar ist, dass diese Macht dafür verantwortlich ist, dass Luca zu unterschiedlichen Zeiten in die Kirche und ins Leichenschauhaus geht, ist es möglich, dass dies der Fall ist. Das gesamte Spiel war eine Wanderung durch diese künstliche Hölle. Und Luca entkommt im Grunde durch diese Tat. Daher die plötzliche Rückkehr ins Leben. Am Ende, so wie das plötzliche Ende des Spiels. Und jetzt, da er frei ist, gibt es kein Spiel mehr zu erleben. Ja, guter Punkt, dass er sich quasi in der Hölle umgebracht hat, wieder in die Realität zu gelangen. Wir haben jetzt auch einen anderen Startbildschirm. Gibt bestimmt noch mehrere Sachen. Kameraskin, ganz wichtig ursprünglich. Hier gibt es sogar rosa, ultra cute. Warum ist das nicht freigeschaltet? Da, so eine Kamera mit Haut, mit Leiche, eine Leiche. Oh mein Gott, kann ich die kaufen? Das ist doch gar nicht genug Cash. Erfolge. Da fehlt mir noch einiges. Blind. Nunis. Haben wir auch einiges gesehen, aber einiges auch nicht. Sammelgegenstände. Ja, die Karten. Wer war es nicht? Cooles Game. Empfehlt mir gerne weitere solche Games. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr habt euch oft erschrocken. Und falls ihr mehr live dabei sein wollt, kommt auf www.twitch.tv slash nur durch live vorbei. Lasst mir einen Daumen nach oben da. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Danke, schöne kleinen Stinker. Musik Musik